Letztens habe ich euch die Frage gestellt von der Baufirma, die 100 Betonmischer in Einsatz hatte und eine fehlerhafte Mischung enthielt. Und wie viele Prüfgeräte man bräuchte, um diese fehlerhafte Mischung herauszufinden. Die richtige Antwort ist nicht 100 Prüfgeräte oder 99, sondern ich führe euch mal zur Lösung hin. Stellt euch jetzt einfach mal vor, wir hätten nur zwei Betonmischer, dann würdet ihr doch auch mit einem Prüfgerät auskommen. Das heißt, ihr überprüft eine Mischung und wenn beim Betonmischer 1 das Gerät ausschlägt und bei der Betonmischung 2 nicht, dann wüsstet ihr, dass die Mische in der Nummer 1 falsch wäre. Und das könntet ihr auch einfach mit zwei Prüfgeräten prüfen. Allerdings könnt ihr dann nicht nur zwei Betonmischer prüfen, sondern gesamt vier. Und wenn wir jetzt die X und die Kreuze austauschen würden mit Nullen und Einsen, dann würde das Ganze so aussehen. Das ist das binäre Zahlensystem. Und jetzt nehmen wir einfach noch ein Prüfgerät hinzu und plötzlich könnten wir acht Betonmischer prüfen. Das heißt, jedes Prüfgerät erhöht unsere Mischungsprüfung um das Doppelte. Ja, jetzt muss ich den Platz ein bisschen verkleinern, damit ich auch die 16 dran bekomme. Wir könnten ja mit der Prüfung Nummer 4, mit dem Prüfgerät 4, noch überall eine 0 hinzufügen, aber auch überall eine 1. Also wirklich, das wird wieder verdoppelt. Und wenn wir dieses Spielchen so weitermachen würden, dann hätten wir sieben Prüfgeräte, denn diese könnten 128 Betonmischer prüfen. Also die Lösung wäre jetzt die Nummer 7. Also sieben Prüfgeräte bräuchten wir. Und jetzt gebe ich euch noch einen Bonus mit. Stellen wir uns mal vor, die Aufgabe würde lauten, was ergibt die 50. Prüfung. Dann nehmen wir die Zahl 50 und suchen uns die Zahl, die wir am höchsten davon abziehen könnten. Also die 64 geht nicht, sonst wären wir im Minusbereich. Aber die 32 können wir von der Zahl 50 abziehen. Wenn wir das ausrechnen, im Kopf oder im Taschenrechner, dann ergibt sich jetzt die Zahl 18. Die 32 kreisen wir ein. Und jetzt suchen wir wieder mit der 18 die nächsthöchste Zahl, die wir davon abziehen könnten. Und das ergibt halt jetzt die 16. Und die 16 ziehen wir ab und es ist der Rest von 2 übrig. Und jetzt suchen wir hier noch die letzte Ziffer. Und von der 2 ziehen wir die 2 ab und es bleibt der Rest 0. Das heißt, die 50. Prüfung bräuchte das Prüfgerät 1, 4 und 5. Wenn euch diese Matheaufgabe oder diese Lösung begeistert hat, dann lasst mir doch gern ein Abo da, ein Like. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Servus, ciao, euer Peter.